Da hat er gesagt, wir machen mal eine Gegenüberstellung. Sind Sie einverstanden? Sag ich selbstverständlich. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Ich kommt in einen leeren Raum mit einer riesengroßen Scheibe und war dann da gestanden. Aber da es kein so ein großes Ding wie mich gab, stand da nur einer. Nämlich ich alleine. Jetzt kamen da sechs oder sieben Menschen, die als Kunden in der Bank waren. Wissen Sie, was die gesagt haben? Der ist groß, der ist dick, der war's. Über 16 Leute haben gesagt, ich bin der Täter. Da hat es mich übergekommen. Da habe ich gedacht, das ist aber ein böser, böser Horrorfilm. Das war's. Das war's. Ich bin der Abdلاche, blöcke. Das war's.